ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ist 19 auf der sasenaufgabe wir starten direkt durch fällt 28 machen jetzt als nächstes da kriegen wir noch mal 1918 euro für das nehmen wir an vertrag akzeptieren fangen wir mal hin für 28 werden wir einmal grobern ist kein problem kreven wenn wir mit dem ort anhänger zurück zum hof fahren werden aber noch mal eine pappel was weiß ich was wären wir abholzen für 28 ist das sollte auch zu feld 28 fahren wenn ich bei 28 was machen will wäre intelligent wäre sehr intelligent so und starte einmal danke sehr sehr nett von dir gut da können wir auch noch mal ein bisschen geld für das hier ist soweit passiert das ist gut hier brauchen wir noch den baum stumpf schneider aber auch das ist kein problem wir werden jetzt erstmal hier die bäume auswählen werden wir hier pflanzen hinten stand irgendwo ein baum ja hier werden wir den einmal hier hinsetzen müssen aufpassen mit der leitung da müssen müssen aufpassen aber gut das das kriegen wir hin ach so perfekt perfekt nächster baum perfekt nächster baum und nächster baum werden wir zumindest ein paar bäume hier pflanzen so sehr gut perfekt perfekt da haben wir nämlich einige bäume hier die hier noch zusätzlich wachsen können wie viel sitzen haben wir jetzt noch kensel zimmer genau zehn bäume alter schwede cool cool genau zehn bäume wahnsinn passt ja perfekt cool passt perfekt sehr schön hätte ich jetzt nicht erwartet so dann wollen wir natürlich gucken dass wir hier noch weiter arbeiten die bäume können wachsen das ist in ordnung da habe ich kein problem mit wir werden gucken dass wir jetzt in richtung hochkommen das holz hier ist relativ wenig da brauchen wir noch nicht zum verkauf waren das lohnt sich noch nicht wirklich ne da kann noch mehr kommen da kann noch einiges mehr kommen Leute ne das ist kein problem das kriegen wir hin das kriegen wir hin so sehr schön so gut dann werden wir gucken dass wir natürlich auch hier noch weiter arbeiten denn wenn wir hier erst mal stehen lassen der bleibt stehen der bleibt stehen dann holen wir uns den ran ist auch kein problem geht ja auch relativ zügig eigentlich dann gucken wir mal eben schnell tempomat ist drin 0 euro kredit ne alles easy wie weit ist der mit dem feld 42 prozent ist auch in ordnung es klappt alles soweit sehr gut sehr gut also das ist soweit in ordnung dank anhänger haben wir mittlerweile jetzt das passt perfekt wir werden jetzt natürlich gucken dass wir natürlich den johnny wir auffüllen mit sprit das müssen wir auf jeden fall machen ne also den johnny müssen wir auf jeden fall aufhören mit sprit das ist halt so das geht doch nicht anders ne das geht nicht anders das war sie gestört das fahrsiegel stört mich total schade sind das nicht verkaufen kann leute 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 das wird es natürlich cool perfekt mutter aus perfekt leute und was machen wir jetzt was machen wir jetzt sehen maschinen wir müssen oben nicht mehr hin wir holen uns die säen maschine ran können wir oben nämlich einmal säen maschine können wir dann nämlich einmal dann ackern an fett 31 und die einen seit machen machen wir mal rabbi raps als nächstes jetzt machen wir mal rabbi ist ja in ordnung so dann kann der nämlich dann oben auch arbeiten es ist aber auch relativ schnell erledigt ist ja kein problem das ist kein problem das ist kein problem leute sehr gut wird schon wieder dunkel ne wird schon wieder dunkel das gibt es doch gar nicht doch gibt es wohl also raps haben wir ausgewählt dann machen wir auch raps sehen wir schon die klappt auf perfekt dann können wir nämlich hier starten direkt mit der einen seit können wir nämlich hier direkt mit der einen seit starten ein bisschen näher dran fahren dann passt das sehr gut was mit dem all kollege ganz ehrlich du sollst das grubber nicht das hier das ist schon gegrubbert kollege hier bitteschön machen danke es gibt mal gas noch hin nicht so ein mist hier nur das gleich transportieren äh ok alles gut alles gut alles gut hatte gerade einen hänger ähm andere sache der ist dran wir brauchen den kollegen denn wir brauchen die Spritze die Spritze die Spritze müsste hier stehen ne genau die Spritze steht hier können wir jetzt nämlich einmal die Felder spritzen das gehen wir nämlich hin dann haben wir das nämlich auch erledigt dann haben wir das auch erledigt dann haben wir das auch erledigt der will mich wohl veralbern hier ne so bitteschön jetzt hopp ach Gott also wir fällen jetzt nochmal Bäume der Baum ich hoffe das passt ich hoffe das passt ja ja fast perfekt fast wie gewollt aber nur fast fast wie gewollt fast wie gewollt so so pass auf den werden wir direkt hier rauspacken dann werden wir einmal hier rumfahren können wir dann nämlich einmal den Dried aufladen den Baum so perfekt was hast ja danke sehr 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 gut nächstes Stück Holz und nächstes Stück Holz ist das hier perfekt einmal weg beim aufnehmen aufnehmen danke sehr einmal draufschmeißen passt perfekt passt perfekt sehr schön dann werden wir den Stamm hier auch einmal schneiden schneiden ist das erledigt alter der kriegt das nicht hin der kriegt das nicht hin ist wahnsinn finde ich schade dass das nicht hin kriegt so senken und los danke sehr jetzt aber perfekt jetzt jetzt ist hier sauer werden muss und alles ne wahnsinn so ich bin mal gespannt ich bin mal echt gespannt erstmal ran das ist zu schwer ne das ist zu schwer ne der Gewicht ungleich verteilt hat der Gewicht ungleich verteilt ah passt aber ist schwer aber es passt nicht na gut dann werden wir den nochmal teilen ist ja kein Problem das ist ja kein Problem das ist ja kein Problem das sollte jetzt aber funktionieren das sollte jetzt aber funktionieren einmal ran danke sehr naja das ist verdammt viel Arbeit aber ich würde sagen es lohnt sich ich würde sagen es lohnt sich auf jeden fall so einmal rüber einmal drehen ah fast auf einmal rüber einmal runter weiter so ja ist ist reingefallen perfekt ist in Ordnung kann man so lassen kann man so lassen äh Motor aus danke sehr ähm alter abschließen danke sehr feld 25 können wir als nächstes machen feld 25 direkt hier nehmen ne ja dann machen wir das direkt als nächstes einmal annehmen vertrag akzeptieren sehr gut hallo nicht aussteigen sonst nicht aussteigen Mensch so der ist fertig der ist fast fertig also zumindest hier ist er fertig ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen sehr gut das sollte eigentlich funktionieren sollte bitte komm schon so einmal das aufladen perfekt einmal das aufladen sehr schön dann das nächste hier das nächste ist hier so so und so perfekt das noch ein bisschen mehr rein ja passt so das gleich hier mit perfekt so laub ist entfernt und daneben geworfen perfekt 100% treffer 100% treffer das andere stück das liegt da das liegt da das liegt da hoppala so nächstes stück machen wir hier einen cut machen wir hier einen cut machen wir hier einen cut ne erstmal denn hier ist gut heben wir das einmal auf einmal kran raus fahren einmal festgurten alles einmal auf einmal drehen und abwärts 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 so und so zu und lass uns ran ziehen komm schon komm schon ja perfekt ja danke sehr und jetzt vorsichtig drehen damit er auf jeden Fall dahin kommt wo er hin soll und stückchen drehen danke sehr höre und wieder ablegen perfekt perfekt Leute sehr gut das ist gut sehr gut das ist gut sehr gut Leute 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 das gibt wieder kohle das gibt wieder kohle Leute jetzt erstmal wieder die blätter ab die blätter stören immer etwas die blätter stören immer etwas jetzt kriegen wir alles hin so einmal hier absehen einmal hier absehen einmal hier das dann haben wir das nämlich auch geschafft dann ist der Baum zumindest auch weg ne dann ist der Baum auch schon mal weg sehr gut sehr gut perfekt Leute so dann kommt der aus weg aber teilen ah passt passt wackelt hat Luft helfer hat die Arbeit erfolgreich spenden dann gucken wir direkt mal nach auch was er diesmal für einen Schwachsinn gebaut hat da ist noch dran ok zumindest etwas ähm können wir hier nochmal teilen und hier nochmal teilen komm was wir haben haben wir den Teig kann ich sogar noch anheben cool so das liegt drauf kann ich noch was anheben wäre cool ne das ist zu schwer ok das ist auch zu schwer na gut wenigstens etwas noch ne sehr gut hop 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 komm und runter sehr gut wo ich noch mal nacharbeiten perfekt haben wir runter einmal drehen perfekt so einmal ranziehen und loslassen so jetzt noch einmal rüber hoch hoch und rüber in die andere richtung ich will das jetzt zumindest heute noch alles aufladen das sollte aber relativ schnell funktionieren jetzt noch ich sehe nichts danke sehr so und runter danke sehr da müssen wir noch mal nacharbeiten die werden wir schnell machen ist jetzt länger als geplant eigentlich aber ok ist dann halt jetzt so perfekt gut dann fahren wir damit in der nächsten folge zum shop zum sägewerk und dann sorten wie das alles sollte jetzt eigentlich alles passen mir der helfer kommt raus jetzt der macht sowieso nur einen blödsinn ne ich danke dir und wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich danke euch fürs zuschauen bis dahin servus und tschüss bei tschüss Bis zum nächsten Mal.